Ja, fahr mal ein bisschen runter hier, die Gechnik. Es wird mit 3 Würfeln gespielt. 3 Einsen ist ein Chicago. Ansonsten von den Augen zählt eine 1 1 oder 100. Die 6 zählt 6 oder 60. Alles andere zählt das, was draufsteht. Von der Taktik her, ich werfe mal was. 164 wahrscheinlich, oder? Genau. Das wäre am sinnvollsten. Du kannst jetzt 164 nehmen. Du könntest jetzt aber auch sagen, dass es maximal 3 Würfe. Ich lasse zum Beispiel die 2 draußen und versuche hier noch was draus zu machen. Das wäre jetzt nichts. Das wäre jetzt 164 im dritten. Was wäre denn, hättest du da jetzt noch eine 1 gewürfelt? Dann hätte ich 260. Also du kannst praktisch bis 300 aufstocken. Korrekt. Und dann hast du ja E-Chicago. Genau. Und das nächste Maximum wird 206 dann. Ne 206. Genau. Das ist die eine Variante. Die andere, mal gucken was jetzt rauskommt. 164 wahrscheinlich. Die Würfel sind richtig gut. Das wäre zum Beispiel jetzt die andere Variante. Jetzt könntest du zum Beispiel sagen, du machst 14 hoch. Oh. Das heißt also, 14 hoch, man sagt immer so ohne die 1. Also die 1 zählt dann auch 1 und nicht 100. Das heißt der nächste muss dann versuchen, höher als 14 zu kommen. Schwierig. Genau. Aber das ist so ein bisschen die Taktik. Weil wenn ich jetzt sage, ich sage jetzt hier 60 und 68, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass mir die eine überbietet im ersten Wurf. Aber wenn ich sage jetzt hier 14 hoch, wird es schon schlechter. Kriegt ja nicht viel mehr als 18, oder? Genau. Okay. Und dann nochmal 6, 6 ist also 6, ne 6 ist 60, oder? Oder 6. Okay, also 14 hoch, äh 14 tief. Nee, also 14 hoch. Nee, du musst ja dann drüber kommen. Du musst ja entweder 15 oder 16 würfeln. Genau. Das heißt, du musst in der 6 oder 5 oder in der triple 6. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sowas hast, das wären jetzt 104. Aber das gilt das nicht in dem Moment, wenn er sagt 14 hoch. Oder? Weil du hast gesagt, die 1 darf nicht 100 sein. Genau. Genau. Also mit dem 14 hoch habt ihr richtig verstanden. Das wäre zum Beispiel der andere Fall. Ich könnte jetzt sagen, das sind 104. Aber da habe ich immer noch das Problem, dass das im ersten Wurf, wie gesagt, haben wir ja vorhin gesehen. Mach deine Runden. Kann passieren. Aber wenn du jetzt zum Beispiel hier sagst, 5 tief. Musst du da drunter werfen. Dann musst du drunter kommen. Dann wird es schon kniffliger. Dann wird es schwer. Und das ist eigentlich so das Grundprinzip von dem Spiel. Und dann war das immer so, dass halt jeder, was weiß ich, ich sage jetzt mal 5 Hölzchen gehabt hat. Und der, wer halt die Runde verloren hat, der musste halt einen trinken. Ja. Oder mit einer Gitarre. Dann machen wir das doch mit Karten als Ersatz. Oder irgendwas, was man hinlegen kann. Kann man so machen. Wenn wir jetzt zu viert das spielen und dann der, der verliert, einen trinken muss leicht, dann sind wir relativ flott Knüller. Ja. Da wollen wir doch heute hin. Endlich mal einen Weg. Endlich. Bis Dienstag haben wir gebraucht, um da drauf zu kommen. Mensch ins Kinder. Oder wir machen es so, dass jeder drei Karten kriegt und der, wer halt dann die drei Karten los hat, der muss einen trinken. Und so machen wir es. Genau so machen wir es. Was trinken wir als kurzen? Ja, einen kurzen. Einen kurzen Eppler. Nee, irgendwas müssen wir uns da jetzt ausdenken. Wir müssen uns ja auf irgendwas festlegen. Gucken wir mal, was der Matthias so dabei hat für uns. Wir machen mal eine Proberunde, oder? Ja. Ja. Fangen wir an. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Trinken hinkriege. Schon mit Karten oder ohne? Mach's mal eine Proberunde. Also mal ein bisschen auch. Oh, ich glaube, da spielt jemand mit. Mike, Chicago. USA.